Bisschen konzentrieren. Schlucken. Schlucken jetzt schon. Frau Willems! Der zwei Löffel. Frau Willems! Wie macht er denn? Ehm... Wenn nicht... Beben, muss ich kotzen. Also, das ist kein Heroin und kein Gras, aber das macht mich sauber. Ja. und wenn ich die waren doch schon alle dran das ist komisch wir haben das über den Zaun gemischt das ist keine Inliner sondern auch saugeil wenn ich ganz viel Moneten hab wie nennt man das dann wenn ich davon das mit den Sekunden dran hab eine Million Schloss und dann bin ich ein und ich das ist nicht das Land wo der Matzi hinfährt sondern das andere ich hab ja einfach noch gesagt ja lass mal noch